Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 14.04 Venedig. Ja, wir sind dabei. Oh, da ist mein Schiff schon. Doch, wo dieses Schiff hinfährt, solltet ihr euch besser nicht sehen lassen. Ja, okay. Ne, da wollen wir gar nicht hin. So, unser Schiff ist auf dem Weg. Mit schwer beladen, deswegen sehr, sehr langsam. Hier ist mein Most-Schiff. Most. Most voll. Nahrung leert sich auch. Rein theoretisch. Na, keine Transportstrecken dafür aufbauen. Da wir ja noch die Möglichkeit haben, ganz easy hier mehr Nahrung ranzuschaffen. Werden wir das einfach so gut so zu lösen. Fischhalten ist halt echt easy, ne? Kannst halt komplett bei der Insel rumzimmern. Oh. Ein Kissen. Mein Nackenkissen hat sich gelöst. Skandal. So, damit dürfte sie sich erst wieder füllen. Leinen leeren sich, ja. So, schwer beladenes Schiff ist da. Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag? Seid bedankt für eure tatkräftige... Ja, ja, ja. Natürlich. Sehr lieblich. Äh, löblich. Immer wieder gerne. So. Alles damit raus. Und weiter geht's. So. Genug Most. Die Mostproduktion müsste auch, glaube ich, schon fast ausreichen, wenn wir uns ein bisschen um das Lager kümmern. Äh, wie war das hier? Kleines Lagerhaus. Muss im Hafenbereich errichtet werden. Hafen. Genau. Ich brauche den Platz hier sowieso nicht. Gut. Weil jetzt habe ich hier eine Lager von 180 Tonnen. Traumhaft. Kann ich da vorhin noch mehr reinzimmern? Weil ich liebe diese Lager. Alles für die Lagerkapazität. Kann ich bestimmt irgendwo noch mehr Lagerkapazität in den Baum. Dann können wir erstmal gucken, inwiefern das welche Mengen das so bringt. Habe ich eigentlich ein Schiff liegen? Ne. Ach, ein Schiff ist da. Hier. Genau. Das kann erstmal hier hin. So. Als Fremden ist es euch leider nicht gestattet, Bauwerke nach orientalischer Art zu errichten. Mal kurz das gucken. Mal kurz das gucken. Mal kurz das gucken. So. So, wir sind da. Das heißt, jetzt können wir hier weiter ausbauen. I am here. So. So, gehört das. So, um daraus Linen zu machen, benötigen wir zwei, drei, vier, aktuell vier. Das müsste auch reichen, um die auf 100% laufen zu lassen, da wir noch mehr Leinen benötigen. So, wir haben eine Länge von... So, wir haben eine Länge von... Also, wie geht die... Ist das einfach, ob ich die zur... Ich muss jetzt den zu ersetzen. Wir haben fünf Abstand. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geschätzt. Ist das die Mitte? Geschätzt, ja. Nein, mehr Holz. Noch Holz. Holzer, holzi, holz. Natürlich haben wir noch. Ich hoffe, das kommt hin. Jetzt hat es mit Rosinen gehandelt. Es kommt hin. So sollte das aussehen. Das sieht doch schön aus. So, dann brauchen wir natürlich noch mehr Holz. Das kommt jetzt auch mit der Zeit. Und dann können wir daneben das gleiche errichten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. So, Leinen. Habe ich jetzt einen Schiff da? Ja. Und Öl. Ich stimme dem Handel zu. Sehr schön. Du hast eh nichts mehr auf Lager. So, dann kannst du zurück in die Heimat. Kannst gleich kleinen Kutten mitnehmen hier. Die müssten sich eh langsam leeren. Ah, 18 Tonnen, 20 Tonnen. Most leert sich. Ja gut, aber hält sich noch. Ja, die fressen an die Haare vom Kopf. Ja, immer noch Gewürze. Ja, klar. Werde ich mich in der nächsten Folge mal drum kümmern hier. Was sieht denn da jetzt noch benötigen? Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Lagert jetzt sich. Braucht definitiv mehr Werkzeug. Aber läuft auf 100%. Wir haben genug. Es wird einfach nur Verbrauch am Ende. Oh, mittlerweile 92 Tonnen Musst unterwegs. Aber ich sag mal, irgendwann werden wir das auch benötigen. Ich sag mal, da benötige ich den Platz. Was ich und Geld oder Waren habe ich dafür aktuell genug. Na, mir geht nicht doch. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Eskortieren sie ein Schiff? Ich habe keine Kanonen auf dem Schiff. Es tut mir leid. Welch neckischer Mummelschanz. Ja. Das wäre auch meine Bezeichnung gewesen. So, what's up? Ich habe eine Kanone Nein. Ich habe eine Kanone. Ich habe eine Kanone für mich. Sieht das cool aus. Gefällt mir. Das wird die Laufnahme auf 100%. Das heißt, Line habe ich mittlerweile... Rasant steigend. Das heißt, nächstes Schiff hier. Komm. Ich brauche ein Schiff für Line. Lager fühlt sich gut. So, ich hätte gerne Werkzeuge. Holz, ja, Holz auch. So viele Werkzeuge haben wir gar nicht. Ja, das ist hier, weil sie sich hier hinten wieder entwickeln, ne? Die entwickeln sich wieder weiter. Das heißt, ich brauche da wieder Werkzeug ohne Ende. Dann fahren wir erstmal gleich wieder hoch mit der Menge hier. Ja, Salam Aleikum. Es ist mir, wie lieb. Mir auch eine Freude mit dir geschützt zu machen. Weil ich werde dann trotzdem die Produktion so anordnen, um die Lagerhäuser rum. Um die kleinen Markthäuser. Und dann werde ich halt die ganzen Produktionen einfach nur extern beliefern lassen durch, ja, Markthäuser. Das wird auch funktionieren. Natürlich. Möge der Handel Abgemacht. So, dann brauchen wir auch ein bisschen Werkzeug. Ah, 64 Tonnen Most. Das heißt, die Produktionen laufen ziemlich gut. Hier brauche ich wieder Werkzeug. Oh, ich brauche überall Werkzeug jetzt mittlerweile. Das heißt, ich muss echt hier auf den anderen Inseln auch mal zusehen, dass ich da erstmal gleich primär eine Werkzeugproduktion aufbaue. Ja. Ja, ganz wichtig. Ja, viel weiter kann ich hier gar nicht exportieren. Expandieren. Expandieren. Expandieren natürlich. Ich bin's leid, für einen Kanten hartes Brot so schwer zu ackern. Ja, ihr habt es echt schwer. Definitiv. So, jetzt kann ich das hier abreißen. Wenn die Produktion läuft. Was ist denn hier los? Seil herein muss wieder laufen, ne? Ich habe doch bestimmt zu wenig Seile. Ja, ich habe keine Seile. Ich muss es natürlich stilllegen. Da war ich zu geizig, warum 20 Goldtaler da irgendwie zu bezahlen. So, ich habe zu wenig Geld. Einmal günstig machen, ein bisschen vermehren Bürger. Kommt schon einmal aufs Maximum heranwachsen der Bevölkerungszahl. Weil aktuell sind hier 9 von 15, sage ich mal, im Haus. Überwiegend. Dann futtern die zwei auch nicht so viel. Aber wenn sie glücklich sind, vermehren sie sich. In der Regel. Dann verbrauchen sie diese Standardkülle mehr, wovon wir genug haben. Und dann können wir gleich, so wie wir auf 15 sind, können wir die Steuern wieder anheben. Was ist denn hier kaputt? Weil wir keine Gewürze haben. Dann kaufen wir aktuell halt zu. Gut. Ist dann halt so. Was sollen wir machen? Jetzt habe ich mich quasi in Ruinen gestürzt. So halbwegs damit. Mann, 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 Mann. Der ist da. Hier haben wir auch nichts mehr im Lager. Langsam müssen wir zusehen, dass wir mal wieder hier auf den grünen Zweig kommen. So, aber das war jetzt mit der Folge gewesen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Aber es hat wie immer Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch ein bisschen gucken, ob wir in der nächsten Folge das Blatt wenden können. Und wieder Profit einfahren können. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Bau. Tschüss, naja. Tschüss.